habe ich aber bitte ja hey ein hasi ich mich auch nicht direkt an wo ich hin wollte ein stück da muss ich noch irgendwie hin komme ich bestimmt auf diesem wege ja sieht gut aus und jetzt bin ich genau ich wollte auch von oben ran alles klar ich habe ja noch ein abzug was ich verloren habe das war echt sinnlos der stelle das echte blöde stelle die draußen kloppte dinger ja noch ein pinkie das ist ein anderes teil ist schade hat mir jetzt nicht gebraucht was ich wollte hallöle liebe leute ach guck mal man konnte von der ausdach aufgucken man gewollt hätte und dahinter ist dann das letzte one up ok dann war ich da doch nicht drin gewesen alles gut das muss ich nur noch da drüben hin ich habe alle geheimnisse ist doch mal schön schön natürlich was sonst nicht ausweichen bitte danke ich mag ausweich nicht so gerne wenn man sich mir widersetzen würde mag ich auch nicht gerne gehört sie auch nicht irgendwie finde ich persönlich aber was zum drei davon man hilfe na fuck man die alle man noch wieder mal ruhe doch mal hier eben dankeschön da freue ich auch ja ebenfalls dankeschön erwischt erwischt nimm das endet nicht verdammt so ich bin nicht gestorben ja ich habe nur schaden genommen ungewollt aber ich bin nicht gestorben lasst euch das von keinem erzählen liebe kinder das wäre gelogen so jetzt muss ich aber gucken da unten lang ich bin mir jetzt nicht mal sehe ich hier eine extra munition für hatte dann und so weiter aber hilft ja nichts muss gemacht werden wenn man alles haben will ich will alles haben und darum ab dafür mit fast keine munition ich hoffe ich bekomme die neue munition ich verbrauche da nichts gekauft spielt aber ich denke wahrscheinlich doch wow ja gut verdammt echt super los hier so sterbt man alle blutschlag action er macht ja sowas wie ja ja natürlich so ein arsch wieder man so eine halbe selbst ohne hier aber nur halb nein oh man das nervt total ich weiß hier so Gegner au wenn man so redet von mir geht dann das Ding auf mich schießen und ich mich setze und verlässt das ist überhaupt nicht schön ich soll es mal verbieten sowas nicht in Ordnung du da müsst ihr dich ketten sägen sollen aah ungefähr so nämlich danke warte was das habe ich au 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 habe ich gesagt ich habe ein säge ja wohl auch viel aufgeladen bin ich nett vielleicht war auch aufgeladen auch super das lege ist auch nebenbei im mensch wenn es bei diesem gegner bleiben ist glaube ich ein ganz guter level aber ich vertraue da irgendwie nicht drauf du da lass mich in ruhe zack zack das kommt von sowas aah moment du kannst mich für ne so nicht warte ich erfasste dich hihihi naja doch eigentlich eingestellt meine wow einfrierung länger hält oder ich habe nicht das Gefühl dass das der Falle ist irgendwie die zuck zuck zu Ende aah fuck hey so die auch brauche ich auch noch für mich aah ja das wird zu viel hier ich bin in der klemme ich kann nichts machen hilfe ja erwischt mit einem einzigen leben hey bin ich gut ich bin trotzdem tot oh man es ist doch nicht zu glauben ey alter mit einem maß mal eingekesselt man kommt nicht mehr raus das ist ja echt super das ist ein bisschen geschadet so herausforderung ist auch abgeschlossen jetzt damit meine Güte ne ist sie nicht warte aah viel auf meine ich in der innen herausforderung das ist ja immer ekelhaft ich habe jetzt eigentlich echt gehofft aber nein doch jetzt hat jetzt funktioniert weil er davor keiner von der kein pink idee man oder was ja wer weiß man 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 doch hier ja danke so wo ist der rest ouch ich bin es wohl ah verdammt ja erwischt man es gibt es auch oder was wisst ich habe heute dafür es ist kein kleiner ich sage das ist ein größerer ok toll ach danke hey du nimm das läuft äh und schon wieder leben verloren ich halte es nicht aus meine munition scheint gleichgegeben zu sein mal ich habe ein neues fragezeichen auf einmal hat die nicht schon alle ich werde aber ich hatte alle fragezeichen ach so es war jetzt der gewesen ok gut war es so ein abbilder nicht dazu ich glaube ich habe den level mit fünf und ups angefangen ich könnte es schaffen mit fünf wieder raus zu gehen aus dem level ich muss ja ist aber noch nicht raus ob das möglich ist mal schauen äh was habe ich jetzt den ich habe beide schon mal ja klatsch auch ein langer level ich meine ich habe ja schon jetzt beim letzten aufnahme des session dings angefangen level zu machen habe also heute nicht von null angefangen sondern nur von fast null die höllen barriere hat sich geöffnet über den luftschacht gelangen sie zum kontrollen des generators das ist schön habe aber trotzdem jetzt schon über eine spielstunde den heutigen level die gemacht wie komme ich denn da da war ich schon gewesen da drunter war fahrt ein stück ob wir übersehen mich dahin kommen weil das von ab was brauche ich ja definitiv das das so so jedenfalls schon ein ziemlich langer level und jetzt wieder raus aber die richtung also alles gutes ja ist ja kein irgendwas so jedenfalls ja insgesamt würde ich sagen werde ich dann am ende des levels circa eine halbe stunde gebraucht haben meine güte für einen einzigen level was sagt vor allem damals so labyrinthös war ganz ehrlich das war einfach verwirrend wiii plutsch äh äh aha und lass mal das herz schrotten die frage ist ist der level jetzt geschafft oder kommt noch ein boss gegner weil noch habe ich keine schnellreisefunktion glaube ich freigeschaltet der generator ist bei voller kraft ach guck mal jetzt bin ich zerstören sie jetzt das herz mit der hauptkonsole und wenn ich nicht will was ist dann ach du kacke hier war ich noch gar nicht ich habe noch so viel level vor mir ich meine das sieht nicht nach gegnern aus ich meine ich habe alle gegner meine oben rechts ist 10 von 10 und kämpfen wir jetzt nicht mehr groß müssen außer hier vielleicht ein boss noch das ist natürlich eine option aber sonst bin ich wohl mit allem durch hier das war nur eine menge zum laufen offenbar jawoll 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 das ist doch ein komischer ort wie so ein herz sich dahin zu pflanzen ich habe hier portal markiert ah alles klar deswegen die zeit ich habe es fast geahnt irgendwie hauptgenerator überlebt wiederhole hauptgenerator überlebt ja ich habe das schloss das habe ich gesagt hui nächster notausgang ach doch noch gegner naja klar ja auch so leicht gewesen oder nicht richtig überhaupt ich weiß gar nicht ja ich glaube schon ich kann ja nicht mit euch spielen leute ich muss ja wohin überhaupt dahin nein muss ich echt beeilen Leute ich kann nicht ja nicht kämpfen auch wenn ich gerne würde es geht einfach nicht es ist rein zeitlich nicht drin tut mir voll leid und so hui hä 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 bin ich da fast denke ich hui ja juhu mit fünf leben ginge rein oder mit sechs und ging mit fünf wieder raus ja also ich habe vielleicht plus minus null gemacht im dümmsten fall habe ich ein leben verloren ich weiß es nicht aber gewonnen habe ich insgesamt das zählt erstmal so lange bis ich die one up sich jetzt nicht gut schreiben konnte vermissen werde und naja geschafft 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 boah ich bin awesome geschafft 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 erkundung Ja, Mod-Bot. Belohnungen. 1000. Ja, 12.000 sogar. Toll. Das werde ich nie schaffen, weil es offenbar jede Woche resettet wird. Und ich spiele nur einmal die Woche. Und das reicht nicht aus, für ein Level das zu schaffen. Das ärgert mich ein bisschen. Auch wenn ich nicht weiß, was es hier ist. Aber es ärgert mich trotzdem. Das ist wirklich schade. Ich müsste online spielen, wenn ich... Komme ich hier die Retourenrüstung? Sind das Skins oder kann ich da tatsächlich was anfangen? Das ist die Frage. Hey, immerhin. Ach, Donnerbelohnung bekommen. Okay. Tja. Kein Plan. Weiter geht's. Bitte warten. Also ja, ich würde sagen, ich habe ungefähr 1 Stunde 20 Minuten gebraucht für den Level. Das klingt erstmal nach sehr viel. Der Ort des letzten Höllenpriesters bleibt unbekannt. Nur die Vernichtung des letzten Priesters und seines Wächters wird die dämonische Verzehrung der Erde stoppen. Ich habe mich aber auch zuf angestellt. Na toll. Was? Aber hat nicht unser Feind gewesen im letzten... Ich überlege gerade, ist Hayden nicht gestorben? Ich meine, offenbar nicht, wenn er jetzt noch lebt. Aber was... Wie war unser Verhältnis zu Hayden? Oh, das ist mir alles wieder grau. Na toll. Bin ich gespeichert, der Mist. Ich bin mir nicht sicher. Hayden, Hayden, Hayden. Ich glaube, der war anfangs auf unserer Seite, hat uns dann mal verraten wollen. Da haben wir ihn bekämpft. Und ich dachte getötet. Aber offenbar nicht. Jetzt ist er doch wieder unser Freund oder... Oder aber er weiß nur, wo ich hin muss. Deswegen muss ich ihn jetzt quasi suchen, um ihn das... Diese Information irgendwie zu entlocken oder so. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, Münzen-Mod hat eher alles Waffen-Mod, oder? Zack. Also, ich weiß es nicht mehr genau, wie es mit Hayden war. Da fällt mir ein, äh, ganz vergessen, das zu sagen. Vielen Dank übrigens für die lange, tolle Erklärung zur Doom-Geschichte. Beziehungsweise zum Recap von dem, was vor Doom 2016 noch passiert ist. Hab mich sehr gefreut, dass du lesen in den Kommentaren. Auch wenn ich das jetzt gerade nicht ganz rezitieren kann, um das hier zu schon mal selbst nahe zu bringen. Aber trotzdem, danke für die Information. Das war sehr hilfreich für mich. Und sehr informativ. So nochmal am Rande gesagt. Hab ich noch Wächter-Batterien übrig? Ich weiß gar nicht, wo ich das sehe. Ah, ja, hier oben. Haha, zwei Stück. Münze oder Mod? Münze oder Mod? Münze. Bei Waffen-Mods, wie gesagt, ich nutze eh nur ein Waffen-Mod pro Waffe. Aktiv. Und ich nutze ja nicht mal alle Waffen aktiv. Also, hab ich von den Münzen schon eher was, wenn ich da was investiere und meine Frost-Granate etwa verbessere. Weil die nutze ich schonen gelegentlich. Weil ich halt überhaupt nicht im Blick habe, wann die mal aufgeladen ist und wann nicht. Aber rein theoretisch nutze ich sie gelegentlich. Hab mal gesehen. Heute auch. Ja, ja. Und apropos. So. Oh, weniger als ich dachte, da bin ich mich schon mehr investiert. Länger. Ach so, das habe ich noch gar nicht. Das habe ich. Guck eine an. Zack. Und das auch gleich dann. Dann kann ich sie auch öfter einsetzen. Was habe ich von versucht? Das ging nicht mehr. Das war auch doof. War nicht schön. So. Glory kills für den Dash auf. Weiß nicht, ob ich das brauche. Fässer machte auch. Respawn kann auch nach hinten losgehen, weil ich kenne mich. Ich schieße die Dinger kaputt, wenn ich da stehe und nehme ich selbst Schaden. Ah. Das natürlich wäre dann damit ausgeglichen. Zack. Ja. Dann dürfte ich auch gerne respawn, beziehungsweise Munition hinterlassen. Aber auch nur einmal. Ne, ich den hier. Für Munition. Und nehme ich jetzt das hier, um mein Anzug ein bisschen aufzupowern, den ich jetzt habe. Weil es eben was völlig sinnlos gewesen wäre. Hätte ich hier einen Punkt investiert bis eben, wäre es nichts gebracht im Prinzip. Bis zu dem jetzigen Level. Naja, egal. Und das hier manchmal am nächsten Mal. Dann hat das auch ein bisschen mehr Sinn. Das tut es sowieso nicht, weil es hier viel geiler ist. Und dann, ja. Bleiben noch diese Dinger hier. Das ist ja auch Quatsch. Ich meine, es würde mich vielleicht ein bisschen stressen nehmen, wenn ich das hier aktivieren würde. Dass ich nicht selbst wie immer suchen muss, aber rein für sich. Rein für sich. Brauche ich es nicht. Bisher habe ich alles sammeln können, auch so, trotz alledem. So. Jetzt wieder zu meiner Station. Wo ist mein Marker? Über mir. Ich muss noch über mir. Dann gehen wir mal nach 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 über mir. Vielen Dank.